Günther, du hast dir aus unserem Archiv einen sehr rezenten Text ausgesucht, nämlich Trinken gehen, Bus fahren von Holger Schulze über E-Books und kleine Formen der Literatur. Ich habe so einen gewissen Verdacht bei jemandem, der, ich habe gerade nachgeguckt, 124.000 Tweets verfasst hat, warum ihn dieser Text interessiert. Aber trotzdem die Frage, warum hast du den ausgesucht? Ich habe den Text ausgesucht, weil ich eigentlich von der Ausbildung her gelernter Schriftsetzer bin. Und ich bin über die, also ich habe tatsächlich noch zu einer Zeit gelernt, als man noch Bücher und Zeitschriften eben gesetzt und traditionell produziert hat, mit sehr komplizierten Rechenanlagen damals noch. Also Bleisatz habe ich aber nicht mehr gemacht. Das war so in den 80er und Anfang der 90er Jahre. Und ich bin über die Aussage von Holger Schulze gestolpert, entgegen einer weit verbreiteten Annahme ist das Herstellen eines E-Books eine handwerklich anspruchsvolle Tätigkeit. Und das stimmt. Wobei es eigentlich sehr lustig ist, dieses Bild zu nehmen, dass es eben eine handwerkliche Tätigkeit ist. Also man ist zwar schon da an der Tastatur und hat dann schon so eine körperliche, performative Geschichte mit dem Text. Aber es soll eben auch bibliophil sein. Also er schreibt von der bibliophilen Arbeit in der Datei. Und ich habe mir auch immer gesagt, im Zusammenhang dieser Frage, ob Zeitungen digitalisiert werden, war ich immer sehr verblüfft, dass da in den 90er Jahren oder Anfang der 2000er noch darüber diskutiert wurde, wo doch zu diesem Zeitpunkt schon längst sämtliche Produktionsvorgänge digitalisiert waren. Also das heißt, wenn der Redakteur, der sich darüber beschwert, über diese Digitalisierung tatsächlich mal in die eigene Produktionsabteilung gegangen wäre und dort nachgesehen hätte, wie das dann gemacht wird in der Süddeutschen Zeitung oder in der FAZ, dann hätte er da auch nichts anderes gesehen als Computerbildschirme und eben Sätze, die da schon mit Rechenanlagen älteren Datums eben das zusammensetzen. Und da ist eigentlich die Handarbeit zurückgetreten zwar und auch beim E-Book oder bei der digitalen Zeitung sozusagen, aber die Vorstellung, also das Niveau der Abstraktion war zu einer Zeit, als ich das gemacht habe oder als auch Frau Frommann, von der hier im Text die Rede ist, die E-Books verlegt und auch selbst herstellt, da besteht die eigentliche Arbeit in dem relativ hohen Abstraktionsniveau, das man braucht, um sich das fertige Produkt dann als Text tatsächlich dargestellt zu sehen. Also dass man sagt, okay, wie muss jetzt eigentlich ein Code ausschauen dafür, dass dann das Buch für den Leser möglichst gut, ja, dass er das möglichst gut lesen kann. Und das war, wenn man das jetzt auf reine Handarbeit besieht, also sagen wir mal, auf das Setzen vom Bleisatz, da hat man das ja sehr konkret vor sich. Aber wenn man jetzt ein Buch, ein längeres Buch digital produziert, also sagen wir mal, mit irgendeinem XML-Dialekt, also da hat man tatsächlich nur diese Codezeilen vor sich, dann ist das schon eine sehr, sehr abstrakte Arbeit. Und sicher auch bibliophil, also Holger Schulze, das hat mich sehr gefreut, also spricht auch von der Schönheit und des Codes, also den man ja als Leser nicht wirklich sieht, also von der Struktur, wie das aufgebaut ist. Und wenn das im Hintergrund gut aufgebaut und gut lesbar ist, dann ist es eigentlich für jemanden, der viel mit Computern zu tun hat, für einen Programmierer, ein schöner Text. Und das hat eine eigene Art von Ästhetik, die man aber mangels Materialität als Endverbraucher überhaupt nicht mehr sieht. Das ist dann verborgen. Und das ist vielleicht ein Spezifikum dieses Textes, also das mich da zum Denken angeregt hat. Was ja auch ganz interessant ist, ist, dass er über diesen Verweis auf das Handwerkliche, ich kann nun nicht nachvollziehen, wann der Code schön ist und ob tatsächlich der Code schön ist, wenn es nachher gut nutzbar ist, aber dass er über diesen Verweis auf das Handwerkliche so einen Ethosbegriff zurückbringt in ein Feld, dem genau das normalerweise abgesprochen wird. Und es geht ja bei der Frage, soll digitalisiert werden oder nicht, ging es ja nicht nur um Vertriebsmodelle, sondern es ging ja auch um die Frage, da sitzen diese Setzer, Setzerinnen und haben eine echte Arbeit, nachher macht das nur der Computer, ein Vorwurf, der ja auch bei elektronischer Musik, bei vielen, vielen anderen Dingen, bei denen Digitalisierung gegriffen hat, ständig aufkommt. Und hier kommt so ein Ethosbegriff zurück. Ist das ein Trick oder ist das wichtig? Das glaube ich nicht, denn einen ähnlichen Ethos haben wir beispielsweise bei Programmieren. Und da kommt, glaube ich, ein Aspekt ins Spiel, der in der digitalen Umgebung sehr viel wichtiger geworden ist, dass nämlich jemand, mit dem Code anschließend auch andere Menschen etwas anfangen können sollen. Dass man sagt, man hat einen quellfreien Text. Also erstens, dass ich mir das überhaupt ansehen kann, wie das Programm funktioniert, wie der Text im Hintergrund strukturiert ist. Und b, dass der eben so schön aufgebaut ist und so logisch strukturiert ist, sei es ein Programm oder ein Text, dass ich ihn selbst auch weiterverwenden kann. Also dieses Kollaborative, dass man das dann weitergibt, sei es jetzt mal, dass ein anderer vielleicht weiterschreibt. Also er hat zum Beispiel hier das Projekt von Frohmann Verlag mit den 1000 Toden. Da ging es zum Beispiel darum, dass Christiane Frohmann eben sehr viele Leute angeschrieben hat, und die einen kurzen Text zum Tod verfassen sollten. Und das war dann ein riesengroßes E-Book. Und das hat eine irrsinnige Arbeit gekostet, bis das so weit war. Und da spielt natürlich das auch eine praktische Rolle. Also dass man eben sagt, das muss so zugänglich sein, dass ich zum Beispiel das Ding ein halbes Jahr lang ruhen lassen kann und dann wieder anfangen kann, damit zu arbeiten. Und zwar so, dass ich mich nicht mehr groß drin einarbeiten muss. Und da gibt es schon auch im Programmieren einen handwerklichen Ethos. Also dass man sagt, das muss schön strukturiert sein, dass man zum Beispiel auch Kommentare hineinschreibt, die ein anderer Programmierer dann sieht. Und ich glaube, dass das eben daher kommt jetzt im E-Book, dass eben Code und der Text, der für den Menschen liestbar ist, also für den Konsumenten, eben stärker integriert sind, näher zusammenrücken. Es geht bei Christiane Frohmann ja nicht einfach darum, Bücher zu digitalisieren, sondern es geht eigentlich sehr stark um Bücher, die darüber von ihrer Form her schon reflektieren, was das eigentlich heißt, ein Buch zu machen. Es sind einige Bücher, die aus Tweets entstanden sind, die versuchen, Tweets, die ja eigentlich was sehr Flüchtiges sind, die eher alltagsbegleitend sind als etwas, was man konzentriert liest, doch wieder zu einer Form von konzentriertem Buch zu machen. Also das ist ja ein Strang in den Büchern von Christiane Frohmann. Wie gesagt, du bist selbst auch ein ganz heftiger Tweeter. Bei dir wäre es eigentlich nicht mehr denkbar, bei diesem Ausstoß, oder könntest du dir vorstellen, deine Tweets auch zu einem E-Book zu machen? Ich glaube, ich würde das nicht wollen, ich bin da sehr altmodisch. Also ich muss auch sagen, was mich zu Frohmann gebracht hat, das war einfach, dass die Bücher, die gedruckten Bücher, sie produzierte auch Books on Demand, dass das mittlerweile so schön gemacht ist. Und sie hat auch eine sehr, sehr gute Grafikerin, dass ich gesagt habe, okay, mit der will ich jetzt ein Buch machen. Also ich bin eigentlich eher auf ihre gedruckten Bücher reingefallen. Zum Beispiel eins von den Büchern, von denen hier die Rede ist, das ist von der Akkordionistin, also von der St. Galler-Kollegin, die da mit dem Bus durch die Gegend fährt und dann immer im Bus sich Notizen macht. Sehr klug und schön. Und da ist zum Beispiel das Cover einfach so schön, auch mit diesem Bus, mit dieser Ziehharmonika in der Mitte, dass ich mir dachte, okay, also da sind Leute am Werk, die tatsächlich bibliophil sind und wissen, was sie tun und wo es dann egal ist. Also wenn der Code und der Text schön sind, dann ist es auch fast schon egal, in was für eine Form man sie gießt. Ob das dann ein ausgedrucktes Buch ist oder etwas anderes. Und um auf die Frage der Tweets zurückzukommen, ich glaube, dass das digital besser funktioniert, weil wenn ich jetzt etwas schreibe, dann hat das meistens nicht so eine schöne, aphoristische Qualität, also wie jetzt zum Beispiel von der Akkordionistin. Also das muss man dann auch vielleicht mit dem Hintergedanken tweeten, dass man das auch so hinschreiben könnte. Das ist bei mir meistens nicht so, weil das einfach zu zeitbezogen ist und einen stärkeren Grad an Vernetzung braucht. Also man kann sich über irgendein politisches Detail ereifern und das so von der Tangente her angehen. Und das funktioniert nur in dem Augenblick, in dem das gesendet wurde. Wobei das ganz interessant ist, weil eine der Hauptdokumentationslinien des Textes ist eigentlich, Schulze feiert die Autoren, Autorinnen dafür, dass sie, ich glaube, es einmal fällt das Wort Wirklichkeitsroh, für so eine, sagen wir mal, bewusste Nicht-Artifizialität oder einen Willen zum Nicht-Artifiziellen. Dass die eigenen Erfahrungen, warum man sich eigenen Twitter-Texte vielleicht lieber doch nicht online gehen lässt oder jedenfalls in Buchform überträgt, spricht eher dafür, dass das eben nur eine besonders gut kaschierte Form des Artifiziellen ist, der wir da begegnen, oder? Ich glaube auch, dass es eben da zu viele Bearbeitungsschritte dazwischen gibt. Wenn ich etwas sage, ist es im Augenblick vielleicht lustig, aber man kennt das ja heute auch in der Politik, dass bestimmte Dinge, also speziell Tweets, eignen sich ja perfekt dazu, aus dem Kontext gerissen zu werden und nachgerade in das genaue Gegenteil dessen, was sie eigentlich bezweckt haben, verwandelt zu werden. Und das ist eigentlich nicht so gut. Und das hat mich auch so ein bisschen an eine Diskussion erinnert, die wir mal in St. Gallen mit Martin Walser hatten, der, das war zu einer Zeit der Paulskirchen-Rede, als er eben sehr stark in der öffentlichen Kritik stand und er dann, oder auch mit dem Tod eines Kritikers damals, wenn man sich da noch an den Skandal erinnert, der dann eben auch so aufgebauscht wurde, er meinte dann, er könne ja gar nichts dafür, es würde in ihm schreiben, also das ist eine Argumentation, der man bei Schriftstellern eigentlich nicht so selten begegnet, und er würde das dann aufschreiben und das stünde dann da. Und das wäre quasi ein Teil, da steckt so ein bisschen dieser Gedanke eines Genies dahinter, also dass das eben in sich, vor sich hin schreibt und dann eben zu Papier kommt. Und das ist etwas, da bin ich nicht damit einverstanden. Also ich glaube, dass sobald irgendein Text in einen Produktionsprozess kommt und sei er auch noch so simpel, wird er sofort in einen ganz anderen Kontext gebracht und muss speziell, damit er unmittelbar wirkt, muss da ein irrsinniger Apparat dahinter sein, der das optimiert, dieses Gefühl der Gegenwart. Also ich sage ja nur ein Tweet beispielsweise, auch wenn das früher nur 140 Zeichen waren, wenn man den im Browser angezeigt hat, den Quelltext des Tweets, war das schon so ein kilometerlanger Sermon. Und das ist für mich schon allein eine schöne Metapher dafür, was da für ein Apparat dahinter stecken muss, damit etwas so spontan aussehen kann. Und alles, was so spontan und direkt rüberkommt, also auch Popmusik, ist immer das Ergebnis einer gigantischen, optimierten Produktionsmaschine von Experten. Und ich glaube auch, dass das, ja, also man kann schon so ein bisschen über Punk nachdenken und Ähnliches, was mir auch sehr sympathisch ist. Aber ich glaube, dass das gerade bei Tweets, die dann tatsächlich auch als Buch funktionieren, also was jetzt bei Akkordeonistin zum Beispiel der Fall ist, also das ist sehr schön, das zu lesen und man ist dann immer wieder entzückt davon, das sind Mikrokurzgeschichten und die sind, da hat jemand sehr darüber nachgedacht. Und die sind teilweise schreiend komisch. Also ich hatte davor vom Frohmann Verlag nichts wahrgenommen oder ganz am Rande und ich war hingerissen. Also auch der, obwohl ich überhaupt nicht in der Twitter-Welt bin, hat mich der Text extrem beeindruckt und dafür eingenommen, auch weil er diese Hybridisierung thematisiert. Also es ist ja auch vorher bei der Frage, kann man die eigenen Tweets, warum macht man ein Buch beim Frohmann Verlag? In diesem Fall geht es über etwas, was tatsächlich noch mit dem gedruckten Buch zu tun hat. Es gibt ganz offensichtlich, und das zeigt dieser Text sehr gut, eben nicht ein Entweder-Oder, wie es in dieser Digitalisierung Ja-Nein-Debatte sehr häufig runtergebrochen wird, sondern sehr häufig ein extremes sowohl als auch und manches nicht, aber jedenfalls eine völlig diffuse und hybride Lage. Ja, ich glaube auch, dass es entscheidend ist, wenn wir von professioneller Produktion reden, dass es eben nicht egal ist, wer das macht. Also wie auch Holger Schulze hier sehr schön zeigt, dass es eben jemand sein muss, wie gesagt, bibliophil, wie man das jetzt auch immer bezeichnen mag, dass es eben jemand ist wie Frau Frohmann, die eben tatsächlich in beiden Welten zu Hause ist. Also man muss da schon sehr viel Erfahrung auch mitbringen, um diese Produktionsleistung erbringen zu können, speziell wenn man jetzt im Kleinen Verlag ist und sie ist ja alleine, also sie hat quasi noch ihre Freunde, die ihnen das dann designen oder Templates zur Verfügung stellen, in der denn der Text dann reinkommt. Aber das ist gar nicht trivial, sondern man muss da schon ein sehr großes Gespür dafür mitbringen, also für das Medium, für das jeweilige. Ich glaube ja nicht, dass Holger Schulze so ganz naiv von dieser rohen Wirklichkeit spricht, also dass dieser ganze Apparat darunter steckt, ist ihm natürlich auch klar. Aber es gibt da schon eine Stoßrichtung, eine Stoßrichtung einer bestimmten Ästhetik und das ist eine Ästhetik, das eben nicht abgeschlossenen, abgerundeten, in sich geschlossen lesbaren, sondern die Möglichkeit, so eine Alltagsmitschrift, die kann tatsächlich total roh sein, die kann aber auch schon aphoristisch geformt sein, aber die doch festzuhalten. Also dieses Paradox, das ist einerseits offen, er sagt dazu auch ubiquitäre Literatur, also etwas, das einen völlig alltagsbegleitet, was man zwischendurch mal und sei es nur mit halbem Auge wahrnimmt, während man andere Sachen macht, dass das aber zugleich auch in haltbarer Reformen, und wahrscheinlich ist der Komparativ das entscheidende, haltbarer, ohne dass es gleich eine Martin-Walser-Genius-Ästhetik sein muss, die Werke für die Ewigkeit schafft. Also ich glaube, das ist sozusagen die entscheidende Stoßrichtung dieses Textes. Ja, ich fand auch den Vergleich oder den Kontext mit dem Merfe-Verlag auch sehr schön, den er da bringt, dass es einfach ein Produkt ist, das in seiner Zeit verankert ist. Also dass man zum Beispiel diese Composer-Ästhetik von frühen Merfe-Büchern aus den 80ern, wo ich mir dachte, ja, als ich mein erstes gekauft habe, mein innerer Setzer hat da total rebelliert an der Universität, wie kann so ein Schrott überhaupt auf den Markt kommen, das ist ja fürchterlich, bis ich dann eben, also heute sieht man das wieder ganz anders aus der Distanz, da sieht man das einfach als Produkt seiner Zeit, als so eine Art Fossil, das eben dann lebendig wird, wenn man das wieder zur Hand nimmt und darüber nachdenkt. Und ich glaube, dass eben diese Verankerung in der Zeit einem auch dabei hilft, bei diesem Prozess. also das wieder lebendig zu machen oder zu aktualisieren, weil es eben ehrlich dasteht. Ich weiß allerdings nicht, ob das gelingen wird mit E-Books. Und da sind wir wieder beim Handwerk, nämlich wenn das Buch so schön aufgebaut ist und auch der Standard, in dem das herausgebracht wird, so gut wie möglich eingehalten wurde, dann ist es eben auch einfacher, das Buch aus Standard A in einen moderneren Standard zu überführen. Ich habe auch meine eigene Dissertation beispielsweise selbst gesetzt und habe mich dann irgendwann mal dazu entschlossen, zehn Jahre später, auf den Tipp einer Kollegin, ich sollte das doch bitte auf einen öffentlichen Server stellen in Deutschland. Da gibt es eben diese Bibliotheksserver, die das dann verschlagworten und so weiter. Aber da musste ich dann aus einer FrameMaker-Datei, das ist so ein ganz altes Satzprogramm, eben ein PDF im Archivstandard PDF A herauslassen. Und dann musste ich das ganze Ding nochmal anfassen, habe meinen Computer aus dem Jahr 2000 wieder eingeschaltet. Er hat noch funktioniert, großartig, und dann konnte ich dann von dort aus das Inhaltsverzeichnis, diese ganzen Fußnoten, diese Links, die da eingebettet waren, dann wieder so sauber ausspielen, dass der Bibliotheksserver was damit anfangen konnte. Und das wird dann geprüft und am Ende kommt dann eben raus, es passt. Aber das war auch nur deswegen möglich, weil ich eben damals, als ich die Dissertation gesetzt habe, eben ein gutes Handwerk hatte. Also das heißt, das war schon gut strukturiert und ich konnte das dann tatsächlich dann wieder ausspielen, zehn Jahre später, was in der Computer-Ära schon ein recht langer Zeitraum ist. Aber wir reden hier auch von Literatur. Also das heißt, wenn jetzt im Marbach, im Orbital-Marbach-Server 2080, dann das Gespenst von Elon Musk darauf zugreifen will, dann muss das natürlich in einem entsprechenden Format da sein. Und ich glaube, dass da Frau Frohmann, die da sehr umsichtig zur Sache geht, teilweise eine größere Chance haben wird, als bestimmte Großverlage, die bestimmte Titel, um sie auf Amazon Kindle zu kriegen, in absolut grauenhafter Form publiziert haben. Und das sind auch eben sehr viele Klassiker, sehr schlecht aufbereitet, gerade im Amazons Kindle-System zum Beispiel. Das wird natürlich alles immer besser mit der Zeit, weil irgendwann kommt wieder jemand und der sagt, okay, da stecken wir jetzt mal in Moby Dick doch wieder einen Typen rein, der uns das dann schön macht. Aber das kriegt man eben auch umsonst. Und vielleicht ist das die Chance unserer Literatur jetzt, also dass man eben da vielleicht ein paar Profis hat, die das dann auch für die Zukunft gut aufbereiten. Also das Archiv ist ja immer wichtig. Also es gibt ja keine Kunst ohne Archiv. Es gibt ja im Frohmann Verlag, wie auch in dem Text von Holger Schulze, noch einen ganz anderen Strang, nämlich die wirklich digitale Literatur in dem Sinn, dass da keine Autoren mehr dahinter stecken, sondern Algorithmenprogramme, die Texte automatisiert durchlaufen auf bestimmte Kriterien hin oder auseinandersortieren. Also dieses eine Projekt beim Frohmann Verlag, wo es um die Wikipedia, die Autoren, in Wikipedia genannten Künstlerautoren Namen geht, die aussortiert werden wegen mangelnder Relevanz. Das hat Hannes Bayor oder Gregor Weichbrot, also eine von den beiden, die diese Projekte haben, einfach zusammengestellt als Buch, das jetzt sozusagen die Vergessenen, die gelöschten Autoren enthält. Also diese Sorte Literatur ist ja tatsächlich nochmal was ganz anderes, weil sie einen entschiedenen Angriff auf Autorschaft in einem traditionellen Sinne impliziert oder auch ganz explizit macht. Interessanterweise erscheinen sogar diese Bücher teilweise jetzt wieder gedruckt bei Christian Frohmann im Verlag. Ist das was, womit du was anfangen kannst? Naja, das ist eher Konzeptkunst und das geht so in Richtung Ulipo, also dass man eben so eine Art menschlichen Algorithmus hat, also eine regelbasierte Vorgehensweise. Also das heißt, wenn der Autor ausgesondert wurde, dann nehme ich seinen Namen und stecke ihn da rein in das Ding. Das ist als Idee, es ist immer sehr gut, aber die Frage ist, ob man das, also wie gut das dann altert. und da bin ich mir manchmal nicht so sicher, aber ich glaube, dass jedes dieser Experimente seine Legitimität hat und eben eine wichtige Frage stellt. Aber ich sehe das dann eher weniger im Zusammenhang, sagen wir mal, von Belletristik oder vielleicht noch eher in Richtung Poesie, also dass man eben, also Bob Bjerg interessiert sich zum Beispiel auch für automatisierte, für Google-Poesie, also der gibt irgendwas in das Suchfeld ein und dann hat der, und dem notiert die ersten 20 Vorschläge, die Google rauslässt. Das fand ich zum Beispiel manchmal sehr entlarvend, also weil das eigentlich ein Snapshot ist der menschlichen Suchversuche, die da drin sind und man erahnt dann, es ist so ein Abdruck von Millionen von Suchen und das hat schon auch was von einer Verdichtung, also von Dichtung und von daher hat der Recht, wenn er das sagt, also dass das eher, dass das auch eine jetzt, eine aktuelle Form von Literatur ist. Gut, dann herzlichen Dank. Ja, super. Gut, dann herzlichen Dank.